hallo und willkommen zu gratis kalamarius bei lego pirates of the academy ja das letzte vom zweiten film steht an der kraker dann tun wir uns doch mal die geschichte an ich höre als jeder aufzug ups pecky hallo ja jetzt machen wir mal mit zwei ich habe mal ein bisschen zusammen hat man zumindest die verdoppelung freigeschalten weil dann sollte zumindest ein wahrer pirate immer klappt So, da muss man ansehen die Lachenkette wegmachen. So, damit haben wir sich da ins Kieps schonmal wieder. Ist doch schonmal gut. Ja. So, damit haben wir jetzt auch so mal wieder. So, damit haben wir jetzt einen Kiepsen. Ich habe einen Schmuck gemacht. Okay, spinn'm auf zwei. Danke, ja. und das ist doch recht angenehm und witz hallo hey 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 Hallo, das nehmen wir an, oder? Ne, er wollte mich doch... Ach, irgendwie... Leck mich doch, was war denn das hier? Da muss ich Captain Beckian haben... Ah, den hab ich sogar... Haben wir hier noch alles schönes? Ah, noch was das ist... Okay... Na ja, check... Das heißt, da brauche ich eine Dame mit Doppelsprung, die ich aber nicht hochkriege, aber nur Jackie hoch... Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, ja! Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, schütze! Oh, schütze! 1 Ich bin jetzt hier. Ja, ja. Ach, so ein Zufall aber warum? Wer ist denn da erwartet? Oh, das ist ein Zufall. Oh, das ist ein Zufall. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe alle Zeit, dann will. Oh, oh, oh. Zuf der Kerle schon wieder her. Okay. Warte mal. Ich müsste natürlich das erste Mal. Mist, da gibt's. Jetzt würden sie ihren Arsch da wieder wegbewegen. Oh, okay, das ist ein Zufall und ich kann mich raus. wer hat ja noch keine blöde war es ist denn das bin ich zu blöde aber auch noch zurück ich habe mich noch nicht ich habe mich noch nicht Was, du Lieben, Heiden? Was, mit dem Helm, wo muss er jetzt aber noch mal ein Schiff? Oh je. Was, du? Was, du? Okay, ich muss irgendwas mit dem Schrafen machen. Noch was? Toll! Zum ersten Mal kriege ich Ware Apparat ohne Probleme, super. Ich muss mich gleich machen. Ich darf dich einfach aus dem amendments sein. Ich werde dir auch machen. Sie können mich über etwas machen. Ich habe dich dabei. Ich war die Schrauben. Ich werde dich an der Schrauben. Ich werde dich um... Ich schaue dich an die Schrauben. leute hallo leute hallo leute hallo leute hallo leute hallo leute hallo Was? Das war die Facken gefressen. Was? Hä? Sag mal, das ist doch wohl ein Witz? Es muss doch irgendein System geben, man kann nichts mehr da tragen. Ja, wie soll ich das da hinten anzünden? Na gut, was? Muss ich noch mal? Ah! Aber wieder muss man erstmal drauf kommen, jetzt. Mal mal rangehen los. Was ist denn auch sowas? Was ist denn auch sowas? Was? Fand ich gut, dass Elisabeth die ganze Zeit gefressen wird. Ey! Was? Gut, noch drei. Danke. Was ist das? Ja gut! Was ist das? Was ist das? Machen wir mal? Ich hole mich bei mir aus... Oop. jetzt gibt es kalamaris das war ein guter treffer ja gewonnen wahnsinn das hat sich ja voll gelohnt das level schichte beenden gute idee beenden wir die geschichte ja 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 Ich will das mal drinken. Wer kommt denn da? Wasser So, das bringen wir mal Jo, 27% obwohl ich 2 von 4 geschafft habe Fehlen noch ein paar Prozent Was kommt jetzt? Der angebetete Hund oder wie? Das ist wieder mal typisch Lego So, und damit haben wir den zweiten Teil geschafft Fehlen nur noch, äh 2 andere Wobei es natürlich immer noch die Pearl steht und Na gut Auch man solltet hier immer Wasser springen jedes Mal Naja Aber gut, das soll es auch erstmal gewesen sein In der nächsten Folge fangen wir dann an Und versuchen unseren lieben Captain Jack wieder zurückzuholen Bis dahin, macht's gut!